Außenminister Alexander Schallenberg zufolge wird Russland auch in Zukunft eine Rolle für Europa spielen. Eine völlige Abkoppelung in allen Bereichen sei illusorisch, sagt Schallenberg in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in Wien. Russland wird nicht vom Globus verschwinden und weiterhin unser größter Nachbar sein. Dostoevsky und Tchaikovsky bleiben ein Teil der europäischen Kultur, ob es uns gefällt oder nicht. Zudem verteidigte der Minister die Raiffeisenbank International, die derzeit wegen ihrer Russlandgeschäfte im Fokus steht. Schallenberg sagte, ich glaube, man sollte hier die Kirche im Dorf lassen. Nur neun Prozent der westlichen Firmen haben sich aus Russland zurückgezogen, 91 Prozent sind noch dort und machen das, was in der Lage sinnvoll ist, abwarten. Ein Unternehmen aus vielen hunderttausend herauszupicken, sei nicht zielführend, sagte er. Österreichs zweitgrößtes Geldhaus prüft seit über einem Jahr alle strategischen Optionen für sein Russlandgeschäft bis hin zu einem Ausstieg. Druck, sich aus dem Land zurückzuziehen, kommt vor allem von der Ukraine. Die RPI ist aber auch ins Visier der US-Sanktionsbehörde OFAC geraten, die von der Bank die Beantwortung umfangreicher Fragen unter anderem zu ihrem Russlandgeschäft verlangt. Schallenberg bezeichnet das Vorgehen der US-Behörde als völlig legitim. Wichtig sei ihm allerdings, dass sich alle österreichischen Unternehmen ohne Wenn und Aber an die EU-Sanktionen halten, betonte der Minister. Er gehe aber davon aus, dass die RPI diese einhalte. Ein Rückzug aus Russland sei allerdings nicht Teil der Sanktionspolitik. Schallenberg sagte, da werden Forderungen gestellt, die weit über das hinausgehen, was Teil der amerikanischen oder europäischen Sanktionen ist. Er verwies darauf, dass auch die Bank of America oder die Unicredit in Russland präsent seien. Er selbst sei jedoch noch in keinem Gespräch weder von amerikanischer noch von anderer Seite zu einem möglichen Rückzug der RPI aus Russland angesprochen worden.